Yo Leute, herzlich willkommen zu dem nächsten Part von Battlefield 940, ähm, Eve of Destruction, und zwar bei der Schlacht Aces over Vietnam, als Amerikaner. Los geht's! Hier, was ist das für eine Map? Ihr seht, da ist es über Wasser, und da sind Flugzeuge, natürlich, wie soll es anders sein, es ist eine Dogfight-Map. Das ist doch hammergeil, nicht? Oh, hier habe ich auch das krasse Flugzeug. Okay. Jetzt müssen wir hier, ihr seht hier, das sind Flaggen, diese Flaggen müssen wir einnehmen, nicht so ähnlich wie halt, wie nennt man das? Wie nennt man das normal? Wie heißt das nochmal? A catch on flag halt, das ist normal capture on flag, nur halt. ja nur halt normal dass im Schrein geflogen wie geil mann um ehren das habe ich das normale Capture ich habe ich die ich habe ich geducht ich will mich richtig verarscht voll schwul oh komm 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 ich schaff das ja seht ich bin schon ein richtig krasser Fakka hier hab schon einen getötet aber besser gesagt der ist eher in mich reingeklogen statt dass ich ihn getötet hab und ja es geht hier darum die Insel die in der Mitte ist zu erobern und auch halt die verschiedenen anderen Posten die West Posten sind Posten und halt die Flugzeuge abzuschießen ist nicht so einfach weil halt das ist ja nicht so wie Vorfahren oder sonst und diese Engine ist nicht wirklich für ähm diese Dorfpreise gemacht ok Alter die machen ja nur Kamikaze ey sie sind noch keine Japaner das ist ein Freund glaube ich das ist ein Freund das ist ein Freund das ist kein und ich glaube das ist ein Freund scheiße da oben ist ein Freund das sieht man schon ein bisschen das ist ein Freund das ist ein Freund das ist ein Freund das ist ein Freund ey das ist ein Freund ich weiß das kaum das ist ein Freund das ist ein Freund das ist ein Freund ich weiß nicht rumcruisen, und hier einige... Ah, man, der... dieses Flugzeug ist nicht so gut. Ja, das ist auch nicht... das hat auch keine Hammerhut bewacht, in meiner Meinung nach. Oh, da schießt er uns ab. Da ist er aufgesprungen. Der hat mich schon gesehen, da ist er aufgesprungen. Ich bin zu hässlich eben. Da kann der jagen, wir uns ja. Scheiße, jetzt schießen sie so einfach. Da macht er ja einen auch. Top Gun USA! Top Gun USA! Ach, der Mixer, der kann nie ausweichen. Jetzt so genau. Aber ich halte grad viel zu oft die Luftbereit. Okay, das bringt ja nichts. Hier, da... Hier kann ich keine Kindsgeiern. Am besten Willen nicht. Ist auch relativ langsam, dieser Jets. Schon bisschen traurig. Also, kommt mir nur so vor. Oh, das war jetzt ein bisschen böse. Ja, so schnell kann es gehen. Man kann da sehr schnell abstürzen. Das ist nicht so, ey. Perfekt, das war eine schöne Schleife. Ja, da ist ein Vietnameser irgendwo. Hier, 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 da will ich. Ich höre einen rechts. Ja, der ist hinter mir. Der ist hier irgendwo. Wo ist der Spaß? Der ist hier echt. Aha. Der ist hinter mir. Da kann ich jetzt so, schnell nach hinten. Ich höre den hier. Ach, scheiß drauf. Da scheiß ich ehrlich gesagt drauf. Und diesen einen Spaß, die kann ja nicht erfolgen. Also, die Map, die, äh, der, also halt, diese Schlacht, die auch so unendlich lange. Da bin ich auch nicht so krass, der Craig. Ah, warum gewische ich denn so scheiße? Boah, das war mega knapp. Fuck. Ich steig lieber aus. Das geht auch. Das ist das Tolle. Aber warum? Weg, Uhrensohn. Scheiß, Uhren. Der Gralate geworfen, der Wichser. Fuck. Shit, der hat noch eine Granate geworfen. Alter. Fuck, fuck, fuck. Okay, okay, okay. Alles clean? Nee, da ist natürlich nur ein Wichser. Hier, sauber. Boom, Bitch. Ja, hier, alles sauber. Da haben wir die Insel gecleaned. Hä? Ach, komm. Fuck, was war das? Was war das? Was war das? Wo sind die, die Wichser überall, Alter? Das stehe ich nicht. Die sind hier überall. Savitnamesen. Und ich bemerk's nicht mal. Ein Wunder, dass er mich nicht getötet hat. Alter, das ist ja ein Krüppel. Hä? Oh, da. Ich hab's nicht mal bemerkt. Bin nicht cool. Ich bin voll der harte Fucker. Schnell hier. Rein, nebenholen. Nachladen. Munition. Hier, Granaten. Nachladen. Fuck. Boah. Das war mal, riecht es für Dummheit. Aber diese Dummheit kann ich mich nicht töten. Ja, dieser Vietnamesen-Hubschrauber hier, der ist kaputt. Ja. Ich suche vergeblich nach einem Vietnamesen. Da oben. Guten Morgen. Guten Tag. Ja, das war meine Stimme. Super, ja, wir haben jetzt die Insel. Jetzt nehmen wir schön den Hubschrauber. Nein, nicht den Hubschrauber. Den Hubschrauber, bitches. Und jetzt wohin? Natürlich zur Charlie Base. Nee, ey. Das war ja... Boah, nee, shit. Och, nee, der hat... Da habe ich die Kontrolle verloren. Ich fasse es kaum, wie die Kontrolle, alter. Ich hatte verwirkte Kontrolle verloren. Komm! Lauf mal, du Wichser! ���oku. Komm, wie cool ich alles sehe, sehr, hehre... Cola aus, ich hab die Oculus Rift an. Auf den Gas gehen. Okay. Schnell in die East Position, witches. Da gucken, uh, was da abgehend. Ah. den alten ddr jetzt kommen vor ich springe 2 jetzt könnte man sehen wie geil es aussieht dörren 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 naja oder scherze war k hier ist alles Knie ja ist ja super voller Scheiß der von der Bitschel ist in der West Coast was war das so ein Freund mein bester Freund hier geht ja nichts ab okay scheiß drauf hier gibt es nicht ab, dann gehe ich nach Holz, ich gehe zur Insel fahre, fahre grandhaft Auto hat nicht mal einen Kill gemacht, der Wichser hat schon 10 Punkte das ist ja mega hänker da habe ich auch einen Spaßtiger gesehen ja dann nimmst du es ein, jetzt okay ohne mich bin ich so abstoßend so abstoßend so abstoßend das glaube ich nicht so abstoßend bin ich nicht das geht gar nicht bin ich nun abstoßend? dann ist ja Putin ich weiß es nicht okay ich bin abgestoßend oh mein der Pixel bleh bleh was nicht bei meinen Außenposten holensohn Apocalypse ne Apocalypse hab sie jetzt auf Deutsch übersetzt die ho 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 wo woOP woher ist das bitch woher ist das bitch na schweißdorf hier die Flag, das lohnt sich am allermeisten genau Schießt jetzt einfach alles ab, was ich tun kann. Jawoll, komm, den haben wir gleich. Jawoll, komm, es geht, guck doch. Jawoll, da fällt's aus, ne, du Pisser? Ne, macht Spaß. Okay, jetzt den hier, diesen hier verwesen. Man bekommt ja Epilepsie, Alter. Ah, der ist, da wird's viel zu hoch. Aber die Dame trotzdem noch, und jetzt den hier. Den Stanley haben wir auch noch. Seht ihr, den Stanley haben wir auch gekriegt. Boah, war das knapp und krass. Da landet der. Komm her. Bam, schön weggeschossen, der Flak. In die Fresse. Alles feiner, nur Frau. Okay. Jawoll, den wir auch. Der A-Meister, Alter. Voll der Flakking. Boom weggelegt, bitch. Und bam weg. Schön drauf gehalten. Ah, okay. Der ist bisschen wacker, der links, da. Aber den kriegen wir auch noch. Okay, der ist sowieso jetzt weg. Okay, okay. Das Scheißschwert ist im Luftraum sauber zu halten. Ist fast unmöglich. Wir spawnen ja die ganze Zeit. Wir müssen jetzt irgendwie hier den Luftraum freihalten. Damit die Insel hier noch so fliegt halt. Oh, der kommt ganz auf den Hubschrauber. Jawoll. Überhitzt auch noch. Scheiße. Bam weg. Da haben wir den gut gewischt. Komm. Jawoll. Boom. Der war richtig gut. Der war richtig krass. Ah, komm. Ja. Jawoll. Das ist mein Pro-Pro-Nut. Voller Pro. Voller Pro-Gammer. Das ist unglaublich deutsch ausgesprochen. Pro-Gammer. 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 Gamer. Okay. Boah. Ich bin hier echt okay. Okay. Das war gut. Damit bin ich zufrieden. Geil. Wir haben den Luftraum gesäubert. Die Insel ist clean. Okay. Geil. 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 Da ist noch einer. Ja. Aber der ist hier auch die ganze Zeit rum. Der ist immer nen toten Schirm. Das ist scheiße. Der ist viel zu weit oben. Den krieg ich nicht. Nee. Der ist schlau. Smarter Wichser. Aber der nicht. Ah. Weg. Ah. 99 Tickets haben die noch. Aber. Wie lange die das noch halten werden. Das mag ich zu verzweifeln. Ich werde jetzt ziemlich schnell hier. Weil alle Tickets verlieren. Okay. Komm. Irgendwie können uns den Gehörlisch schreien. Okay. Scheiße. Ich muss jetzt erstmal abkühlen. Und. Oh. Weg. Boah. Das war mal richtig böse. Hier. Weg mit dem. Spastiker. So was böses darfst du nicht bei mir machen. Wollte mich killen der Wichser. Aber verständlich wenn ich den zum tausendsten mal kille. Ah der ist hier. Der ist hier gut zu erwischen. Das war relativ nah. Ah. Sauber. Clean. Alles clean. Mit Persil. Okay. Das ist unser Hubschrauber der hier wegfliegt. Hier gerade nur Flak-Actions. Es tut mir leid dass ich nicht so oft in der Luft bin. Aber. Es macht mir halt hier viel mehr Spaß. Weil ich hier viel mehr zu tun habe. Okay. Aktuell nicht. Aber naja. Ich verstehe was ich mein. Nein. Da sehe ich ihn doch. Ah. Ja. Okay. Perfekt. Alla. Da willst du für Löcher wie schweizer Käse. Ihr könnt wirklich. Also. Diesen Kommentar könnt ihr wirklich gerne von mir aus verwenden. Den habe ich gerade von. Oh ja. Da fliegt er runter wie so ein Japaner. Titanic. Im Flugzeug. Da drin sind auch natürlich 2000 Menschen. Ah. Ah. Der ist mal. Der fliegt da gut ey. Muss man schon sagen. Jawoll. Jawoll. Die halten echt viel aus. Die Mixer. Da umkreist den noch. Jetzt nicht mehr. Und. Okay. Scheiß drauf. Hier ist das alles sauber. Geil. Der hat ein Schalldämpfer. Der hat eine Normalpistole. Die hatten wir auch davor. Der ist so schwarz. Der hat auch eine Normalpistole. Ja. Der hat ein Schalldämpfer. Der hat ein Schalldämpfer. Der hat ein Schalldämpfer. Den hat ein Schalldämpfer. Maaann der fliegt wirklich wie so ein Hurensohn Fickt euch ey Wichser ganze E-Knopf Buttonsmash im Brotardst ja ihr hört es vielleicht ich tippe gerade nur auf die E-Taste bis hier endlich mal so ein scheiß Flieger kommt soll ich hier alle weg springen? ne ey du Wichser ja wenn du genau so fliegst Kollege ich schmeiß mich aus dem scheiß Video hoch hier du fliegst übertrieben hoch, bist du behindert du kannst du direkt vergessen okay geil jetzt bin ich am fliegen ok mit dem man muss damit schon gefühlt anders geht es nicht er sollte schnell vorwärts der ist ja behindert uns ja üblich am liebsten abschießen wenn ich da gerade so ein jet hätte NEIN DU HURE du hast nämlich reingeflogen dieser uhr geil 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 ich hab den escape knopf noch gedrückt mann jetzt kann ich auch wieder zusammenschneiden kicke ich mann ey es ist ein wichser das bringt nicht so viel komm lass mich rein ich will jetzt endlich scheiß heli fliegen na klöten zuhose gell ja das blut kam aus deinem wein heee das ist nicht dein heli du kommst nicht rein Matthew du ich schieße es wahllos um mich rum was gibst du guck ne das ist mich erotisch ich hab ich bin jetzt grad hier guck mal ich weß grad in deinem Kopf hindurch oh oh magic ich schlade nach ich geh jetzt in meine Ecke komm ich mich jetzt entspricht diese scheiß Hiddy es dauert jetzt voll lange erst mal der PENNER mein Name ist Hans PENNER UBRECHT wie ist ihr Name? Pyjami Stock Douglas haha, was ein toller Name jetzt pflege ich die PENNER es reicht mir let's go let's go ich möchte mal mit dem vietnamesen flieger spielen deshalb will ich das da machen wenn das diesmal nicht klappt dann scheiß drauf du bist doch behindert du bist doch behindert wie kann ich ach das geht nicht mal das geht nicht Hartz 4 Hartz 4 scheiße ey der könnte meine Führung fertig steigen große sieg große sieg ja leute ich schaff jetzt Spaß mit dem extrem lange Part ich will hier nicht auch lang ich will hier nicht lang um den heißen Brei reden gebt ein Abo, gebt ein Like teilt dieses Video auf Facebook, Twitter, Reddit wenn ihr Bock habt und ja ciao und wiedersehen euer i4sb das geht dann das ist das ist das ist ein